Das Benning ST710 ist ein batteriebetriebener und einfach zu bedienender Gerätetester für die mobile Prüfung von elektrischen Geräten mit einem sehr guten Preis- und Leistungsverhältnis. Die Bedienung über drei Tasten und das gut ablesbare Display machen das Prüfen von ortsveränderlichen elektrischen Geräten und Leitungen sehr einfach. Schließen Sie hierzu den Prüfling an das Benning ST710 an. Befestigen Sie die Abgreifklemme am Prüfling und betätigen Sie die Taste für die zugehörige Schutzklasse 1 oder 2. Eine Fehlbedienung wird automatisch erkannt und die richtige Funktionstaste wird angezeigt. Während des automatischen Prüfablaufs wird der Schutzleiterwiderstand mit Polaritätsumkehr, der Isolationswiderstand und der Schutzleiterstrom gemessen. Prüflinge mit Ein-Ausschalter müssen eingeschaltet werden, damit die Prüfung korrekt durchgeführt werden kann. Wenn alle Messungen innerhalb der zulässigen Grenzwerte liegen, zeigt das Display PASS für Prüfung bestanden und die ermittelten Messwerte für die Dokumentation an. Um Geräteanschlussleitungen mit Kaltgerätekupplung, Leitungsroller oder Mehrfachverteiler zu prüfen, schließen Sie diese an das Benning ST710 an. Die Taste Leitungsprüfung startet den automatischen Prüfablauf. Das Benning ST710 durchläuft den automatischen Prüfablauf und vergleicht die Ergebnisse mit den im Gerätetester hinterlegten Grenzwerten. Über die Normanforderungen hinaus wird zusätzlich der Außen- und Neutralleiter auf Durchgängigkeit und Kurzschluss geprüft.